Wie füge ich meine eigenen Figuren hinzu? Hierfür wechseln wir zuerst einmal in die Figurenbibliothek. Wir wählen das leere Bild aus und drücken Bearbeiten. Hier haben wir eine Menge von Auswahlmöglichkeiten. Wir können zwischen Stiften wählen, zwischen Dicken wählen und die Farbe auswählen. Ich werde nun einfach ein kleines Smiley malen als Beispiel. Und schon haben wir ein Smiley in unsere Szene hinzugefügt.